jo moin jungs erst mal vielen dank vorab schon mal hier mal wieder für den geilen support den ich in der zeit von euch bekomme und kurzes kurze info zu dem video was jetzt hier im anschluss an das intro folgt da gab es ein paar lags sebastian hat versucht so gut wie möglich raus zu cutten irgendwie mein obs hat geschmackt und ich habe es während der aufnahme nicht mitbekommen ich hoffe ihr drückt ein auge zu und jetzt viel spaß mit dem video wie gesagt nochmal danke für den support und über ein like einen kommentar und abo würde ich mich sehr freuen bis zum nächsten video freunde kuss 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 was ist das was bedeutet das abonniert auf stufe 1 habe ich noch nie gesehen glaube ich das ist glaube ich ein sub das ist ja ich habe es auch schon länger nicht mehr gesehen digga fabi 76 danke 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 und was heißt das hat smart die stufe 1 abo geschenkt was ist das ist glaube ich ein giftes ab gibt es hat oha ok dann soll ich mich eigentlich muten wenn ich hier was vorlese ich schon oder weil du nimmst ja da gerade auf ja also wenn du jetzt so ganz viel dann mutig kurz wenn du kannst sagen dass ich eine 30 bomb hatte ja ich muss das auch kurz meinem papa sagen bitte keine nachricht hinterlassen bitte sms senden knappe hallo Der war los. Beide Keyes mitgenommen. Aber wie viel Geld auf der Herd. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Alright so here we go. Wattpuss. Achtung, Drohntreibstoffe knapp. Zurück zur Basis zum Nachhinein. Feindliche Drohne über uns. Los geht's. Die Challenge ist so viele Finisher wie möglich zu geben. Was echt nicht so einfach ist. In den Dämonen Lobbys. But we're trying our best. Hallo? Na hallo? Eins. Oh mein Gott. Er ist so ein Dämon. Ich hab einen Dämonen. Wenn ich Selfie bei fahren zählt natürlich auch der Finisher. Völlig klar. Ey Also das fällt als Finisher Zwei Sebastian, zwei Junge Was wollt ihr denn hier gerade verarschen? Was ist da wirklich ein Finisher? Da darf ich auch nicht mit mir reden Alter, das war so ein Finisher Ich hätte mir einen kurzen nehmen sollen Und nicht malo für dann aber Ehrenbruder Marlow muss halt auch gefüttert werden Oh nö Sieht gar nicht gut aus Scheiße, immer noch zwei Echt eine tough challenge hier Okay, wir haben eine Stun nur Der Typ ist unten Da habe ich das ja oben Er ist so ein Geek Achtung, hohen Treibstoff wird knapp Jaaa, Junge Drei Gibt tot Das Missionsziel lautet Das Kopfgeldziel auszuschalten Bis dann muss er aufladen Der hat natürlich Geist Und der ist auch schon da oben Ich hab dir mal eine Zenfax an Trotz Er piegt einfach Er springt runter Houston, we have a problem Also pfff, nice Das Schild hat ja wieder gut funktioniert Da, love it Nice Schild Digger, was ist das hier für ein Schild Hat das ein Loch gehabt oder was? Ah ja Genauso sah das bei mir auch aus Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein Weil der hat mich getötet Aha Wir hätten nochmal ein bisschen Cash von Lodi Ohne Stunts kann man halt fast die Leute gar nicht finischen Oder man hat halt Aber wenn man kein Totenstiller hat, klar Wenn man Totenstiller hat, dann kann man es auch machen Aber ohne wird es schon echt schwer Nächstes Ziel entdeckt Weil wenn ich hier mit Schild spiele, habe ich das Gefühl Ich habe jetzt immer noch ein Schild und spiele dann auch gefühlt so Todesgeil Das Spiel schon Nächstes Ziel entdeckt Also wo ich ja wieder hingeh Dings Ach komm, bitte komm hier zum Shop Kommt der? Feini Blaster Aber ich take den Truck Der Truck könnte auch ein guter Freund sein Mit dem potenziellen Finisher Wir sind immer noch bei 3 Das Spiel ist eigentlich auch unnötig zu kaufen Weil wenn ich tot bin mit Schild, bin ich halt auch wirklich tot Got the Konktion Ok Geh mich hier durch Och nööööööy Bin ja doch wirklich In meinem früheren Leben Ich habe früheren Leben noch bei YouTube Bara ich Trucker-Fahrer Sieht man hier denk ich auch Ganz gut Sehr, sehr, sehr gut gelöst Na es war so Gehts weiter Und das Rohr. Das ist er einfach. Der war ein Trophy-Truck. Oh mein Gott. Der macht den absoluten Pfeife-Head. Oh mein Gott. Ey, warum... Messert ihr einfach durch. Oh, ich wollte ihn finishen. Aber das war ein Dämon. Den mussten wir so erlegen. Offen Augen am Himmel. Drohne erreicht Einsatzgebiet. What the hell? Der Team muss sowas abgeht. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Ich versuche ja wirklich mein Bestes. YouTube, ihr wisst, wie ich mein. Chat ist halt so nah angeboten. Ich versuche mein Bestes. Aber die Lobbys sind wirklich genauso wie immer. Und sonst ist ja echt kein Zucker schlägt. Alter. Ich übernehme das Schoenix. Motome! Der andere schießt mit Tragedenwerfer hier auch mein Ding. Granatwerfer oder so ne Scheiße. Was schießt der? RIP für den hier auf jeden Fall. Komm, wir full senden es. Wir full senden es zu diesem Mann. Oh, da ist gar kein Problem, da fahr ich einfach weg und go. Der andere da sind. Das ist ein Horsisch. Die Schmerzen werden. Der andere ist die Schmerzen. Der andere ist. 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 Ich bin der andere Seite. Ich muss aufladen. Wir brauchen Augen am Himmel. Wie leben wir noch? Ausrüstungslieferung unterwegs. What the f**k? Das ist wirklich... ...die hardeste Challenge ever. Nur Finisher drin. Wir sind immer noch bei 3. Ich lief noch an die 5er Marke. Oh, der hat einfach krass da hinten gemacht oder so. Er rennt da. Einer. Einer ist einfach da. Er hat alles so easy killed. Was? What? Ich muss meinen geliebten Truck zerstören. Und du bist ja wirklich ein Dämon. Ich dachte, du bist ein absoluter Shitter. Ach du Scheiße. Notiz an mich selbst. Nächstes Mal einfach Reverse boosten, wenn ich Challenges mache. Kappa. Ach du Scheiße. Ist das eine geile Zone auch hier jetzt. Das Ding ist jetzt die Zone ist gleich so klein. Finisher drücken wird echt schwer. Weil das wird ja von anderen gefinischt. Hallo, hallo, hallo. Nein. Er wurde nicht gestunt. Der andere hat auch nicht gesnipet. Snipe ihn, bitte. Der andere soll ihn snipen. Dann muss er aufladen. Er snipet auf auf mich. Hört doch auf. Es sind nur noch die. Aber keiner mehr ist hinter mir. Dann muss er aufladen. Das ist wirklich tricky hier gerade. Wenn man den Pfeil fragt. Okay, einer scheint da zu sein. Einer ist da oben. Töte ihn, töte ihn. Nice, nice, nice. Braucht zwei. Da ist daneben noch zwei. Der da oben irgendwo. So, dass ich da nichts sehe. Der andere soll den töten. Ich glaube einer ist hier. Ziemlich genau wo ich hingucke. Der andere müsste hier so sein. Und ich brauche jetzt den Rechten. Der muss auf den anderen schießen. Weil, wenn ich jetzt einen Finisher drücke, dann killt mich der andere. Wenn ich es überhaupt dahin schaffe. Gott's Plan. Ich muss ihn killen. Kill ihn. Töte es. Der Finisher zählt. Das sind vier Finisher und ein Win-Chat. Youtube, besser wird es nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. Das waren vier Finisher. Mehr war nicht drin. Also das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Sogar der letzte. Ich denke jetzt easy. Wegen Totenstille. Er hat einfach eine Claymore, Digga. Er dreht sich erstmal um. Tolle Röpfe. Schießt mich fast noch weg. Abonnieren. Like und kommentieren. Nicht vergessen, Freunde. Alles versucht. GGs Guys. Ach Scheiße. Er sitzt gerade im Wind-Kanal. Und er baut da irgendwas Neues oder so. GGs. Gnwink. 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 Bis zum nächsten Mal.